Ich werde immer wieder gefragt, was Dissoziation und Erstarrung miteinander zu tun haben und auch wie lange das eigentlich überhaupt anhalten kann. Die Frage möchte ich heute einfach beantworten. Ich bin Dami, Dami Scharf und ja, das ist mein Blog traumaheilung.de. Ich würde mich freuen, wenn du auch meine Webseite besuchst und dort kannst du dir die PDF abholen, auch Trauma verstehen, wo du noch ganz viel mehr Hintergrundinformationen zum Thema Trauma bekommst. Dissoziation und Erstarrung. Inwieweit hängen die zusammen und wie gesagt, wie lang kann das eigentlich überhaupt anhalten? Dissoziation ist ein Abspaltungsprozess, das heißt das Wort auch, ich spalte etwas von etwas anderem ab. Und in dem Fall ist Dissoziation, und ich habe dazu ja schon ein paar Videos gemacht, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wie kann ich mich von mir selber abspalten? Aber offensichtlich gibt es diese Funktion in uns und die hat etwas damit zu tun, dass wir quasi überleben können, weil es gibt Dinge, die wir erleben, die wir nicht verdauen können, wofür wir nicht die Möglichkeit haben, sie zu integrieren zu dem gegebenen Zeitpunkt. Und wenn du etwas erlebst, was schlimmer ist, als du es aushalten kannst, dann gibt es quasi den Überlebensmechanismus der Dissoziation. Und das ist tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen später im Leben, also nach dem traumatischen Ereignis, aber auch nach Entwicklungstrauma, dissoziiert sind und dieses Thema weiter in ihrem Leben haben, hat ganz viel damit zu tun, ob sie während des traumatischen Ereignisses erstarrt sind. Ja, wir haben ja die Möglichkeit zu fliehen, wir haben die Möglichkeit zu kämpfen und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann erstarren wir. Es gibt verschiedene Ebenen von Erstarren. Es gibt die Erstarung, wo ich quasi so bin und in mir ganz viel Erregung noch ist und es gibt eine Form des Erstarrens, wo ich quasi komplett aufgebe und eigentlich quasi mich dem Tod, dem Sterben hingebe. Es ist keine Energie mehr in meinem Körper. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ohnmächtig zu werden. Und das heißt, wenn ich diese Form von Erstarrung erlebt habe oder die ausgelöst worden ist von meinem Körper, und das hat mit meinem Kopf und meinem Verstand überhaupt nichts zu tun, das ist eine biologische Überlebensreaktion, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit später dissoziative Phänomene zu erleben, weil das Ereignis quasi nicht mehr verarbeitet und verdaut werden kann vom Körper, von der Psyche, vom Nervensystem und die Rückkopplungsmechanismen vom Körper in die Psyche, die sind einfach sehr, sehr viel stärker, als wir uns das meistens vorstellen oder glauben mögen. Insofern, ja, Dissoziation und Erstarrung hängen zusammen. Das Problem ist, dass eben später im Leben oft Kleinigkeiten genügen, damit dieser Reflex, der irgendwann ist es, gelernt, der Körper hat gelernt, ich überlebe, indem ich erstarre und ich überlebe, indem ich das einfach wegspalte. Und das heißt, später im Leben braucht es oft nur Kleinigkeiten, um diese Reflexe wieder auszulösen. Das ist das eine. Das andere ist aber, und das kann ich nicht belegen, ich habe nur auch Kollegen, die dasselbe glauben, ich persönlich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen inzwischen dissoziiert sind, auch im Alltag. Und Dissoziation ist etwas, was punktuell geschehen kann, ausgelöst durch einen Trigger. Und Dissoziation ist etwas, was aber auf einer bestimmten Ebene quasi immer vorhanden ist. Wenn du Gefühle abgespalten hast, dann sind die abgespalten. Die kommen nur manchmal quasi als Überwältigung hoch, dann kannst du sie wahrscheinlich nicht regulieren. Und dann irgendwann sind sie wieder weg und du bist quasi wieder in deinem Funktions-Ich. Und dieses Funktions-Ich ist aber nicht wirklich du selbst. Das heißt, es bleiben Dinge abgespalten, die nicht integriert sind. Und das heißt, wir leben in einer dauerhaften Form der Dissoziation, wenn das der Fall ist. Und wenn du Menschen anschaust, wie viel die inzwischen in einem Tunnel sind und dich gar nicht mehr wahrnehmen und andere Menschen nicht mehr wahrnehmen, dann kann man auf die Idee kommen, dass viele Menschen inzwischen wirklich dissoziative Phänomene in ihrem Leben als Alltag und als normal wahrnehmen. Wenn etwas immer so ist und immer so war, fällt es uns sehr, sehr schwer, Dissoziation wahrzunehmen, weil wir intern gar keinen Vergleich haben. Manche von uns merken das, dass irgendwas nicht stimmt. Und manche haben eben Phänomene, wo die Gefühle dann eben hochkommen und sie überwältigen und sie wissen, okay, da ist irgendetwas und man hat Symptome. Man weiß, okay, irgendwas ist. Aber manche sind auch jahrelang in einer Funktion und in einer dauerhaften Dissoziation von bestimmten Gefühlen oder Anteilen, die sie haben und funktionieren damit. Funktionieren ist für mich persönlich nicht lebendig sein, aber man funktioniert eben. Man kann in dieser Gesellschaft agieren und reagieren. Es fehlt halt einfach nur ein Stück. Das ist für mich der Zusammenhang zwischen Dissoziation und Erstarrung. Das ist eben auch die Dauer. Die Dauer kann lebenslang sein, manchmal quasi irgendwann im Leben holt uns das ein, die Dissoziation bricht zusammen, die alten Emotionen kommen hoch oder wir eben erleben Symptome, die wir gar nicht zuordnen können und wir wissen nicht, wo die herkommen. Letztlich will uns unser Körper, unsere Psyche Bescheid geben, da ist noch was und es wäre gut, das zu integrieren. Ja, das war's heute. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen wieder bei deinem Verständnis für dich selbst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lamy. 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 Lamy.